Hallo, ich bin Maria Erich. Und ich bin Janis Nierener. Und wir spielen Gwen und Gideon in Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Genau, und wenn ihr sehen wollt, wie diese spannende Buchreife von Kerstin Gierfer filmt wurde, dann holt euch jetzt Rubinrot und Saphirblau und jetzt auch endlich Smaragdgrün auf DVD oder Blu-ray.